Du musst einen anderen Fuß aufstellen. Am Richtung Decke, volle Ausnutrition. Das ist klasse. Jetzt zeig durch. Klasse. Okay, jetzt machen wir mal weiter. Letzten. Letzten. Zweite Zeit. Zweite Zeit, wir waren noch. Bist du gut? Aber jetzt ist man hoch, gibt es erst nicht mehr Ausführung von anderen. Aber, das war erst mal jetzt. Was muss man noch machen? Ah, da ist was? Ja. So, noch. Jetzt kommt die Zeit.